So, hat sich jemand fragt, zumindest? Eins, zwei, drei. Yeah! Yeah! Und da mal! Yeah! Das klappt ja schon mal ganz gut. Hat jemand noch ein Geräusch machen? Hat jemand was auf Lager? Ja. Oh, ja. Jemand? Eins, zwei, drei. Wow! 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 Yeah! Interessanterweise hat der das Wow jetzt mal irgendwie nie wieder rausgeschossen ist. Wir machen das nochmal. Eins, zwei, drei. Ein bisschen vorsichtiger. Wow! 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 So. Hier kommt's. Hat es noch immer gar nicht? Irgendwie kein Geräusch. Das klatschen also nicht schön. Und das probieren wir jetzt mal aus. Also leider ist das nicht zu weit, dass das klatschen. Deswegen dachte ich, sie helfen einfach mal mit. Und wir klatschen alle mal gemeinsam. Und wir klatschen alle. Also ich weiß, dass wir alle klatschen können. Aber naja, es ist nun mal der Rahmen hier. Und dann sind wir einfach schon so. Heute sind sie ein bisschen gesetzt da. Und sie sind schon etwas weiter neben dem Leben. Und sie kommen sich halt ein bisschen lächerlich vor. Wenn sie sowas machen. Nee, was wir fahren. Das macht nur die Klatschen. Das macht man ja in der Gruppe nur ganz am Ende zum Beispiel. Und das machen wir jetzt aber einfach mal zwischendurch. Also wir machen jetzt einfach erstmal einen Test. Ich sage eins, zwei, drei und dann klatschen Sie bitte. Okay? Alle gemeinsam. Und je mehr mitmachen, bis du das hier bist. Eins, zwei, drei. Wow. Wow. Das hab ich so nicht dabei. Also noch mehr. Eins, zwei, drei. Wow. Hatte noch jemand eine Idee? Ich hatte da gerade noch was gehört. Das war so ein, so ein Club. So ein... Also ich würde sehr gerne hören, wenn 300 Leute jetzt Club machen. Das hab ich noch nie kosten jetzt. Also das machen wir jetzt auch gleich nochmal. Also. Eins, also Finger in Position. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ui. Gut. Ziemals, zwei. Zu einem der Roman kackt. Wie Klux. Wunderbar. Gut. Was, 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 was finden wir jetzt hier nach den Geräuschen? Pfeifen. Ein gemeinsames Pfeifen. Ja. Da müssen wir uns ein bisschen auf so Pfeifen einigen. Ja. Wie es so ein bisschen... Also? Kann man irgendwie auf den Kopf halten? So einen kurzen Pfeifer. Pfeifen. Wunderbar. Also könnte man hier in so einer Art, also ich kann es leider nicht mit den zwei Kinder, also dieses, sowas in der Art, zu pfeifen. Wir machen das jetzt wieder mal. Eins, zwei, drei. Oh, das macht er ja. Yeah, yeah. Ja, 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 ja. Naja, wenn ich noch so ein paar Geräusche habe, die ich nachher noch bewussten kann, und dafür hätte ich jetzt gerne, ich hätte gerne eine von den mir angestes Personen, der mir ein Et macht. Also ein Et, wie heißt es, Et, oh. Kann ich mir ein Et machen? Machen Sie ein Et. Okay, Et, zwei, drei. Et. 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 Et, 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 et. Yeah! Wunderbar. Und ein Home, wollte ich auch noch? Fällt mir trotzdem den Home zu? Ja. Na, komm. So, gut. Eins, zwei, drei. Hören Sie noch? Ho, 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 ho. Hast du gerne noch so einen Clash dazu? Ho, ho, ho. Auf das ist wunderbar. Als du mal schauen willst. Echt? au. Ist doch mal ganz schön. So, ähm, ich bräuchte noch irgendein Pass. Also ich wollte mal probieren, dass wir vielleicht noch mal geweint haben. So machen wir. Das hört sich sehr gut an. Ich meine, das ist ein bisschen unterschiedlich wirkt. Dann erkennt man ein bisschen mehr, was die Leute machen. Ich gebe sie auf die Seite und ich werde schauen, dass ich hier so ein bisschen die vorne filme. Aber das ist natürlich hinten auch noch drauf. Oh, das ist doch schön. Also, weiter weiter. 1, 2, 3 und dann machen Sie. 1, 2, 3. Also ich weiß nicht, aber das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit. Die Militär fahre ich jetzt auch mal gleich. Was noch? Werden Sie da? Ich war in den Kellner. Ich bin nicht so auf einer Waffe in der Hand. Ähm, ja. Gut. Wir schauen uns das mal an. Bilder noch mal alle. Wunderbar. Also, jetzt kommt es richtig. Yeah. Wow. Alter. Alter. Gut. Und ich brauch noch was. Was brauch ich noch? Ich brauch noch, genau, vorgenommen genau. Ähm. Da kommt jetzt meine Leere auf Sie zu. Können Sie ein Eröffnet sagen? Eröffnet. 1, 2, 3. Eröffnet. Sehr schön. Ganz bekannt. Eröffnet. Wunderbar. Schön. Gut. Und hat jetzt gerade immer noch irgendeine Idee für ein Geräusch? Will noch ein Geräusch hören? Irines Kaarsch! Ahh, so will die grün. Dann lassen wir meine WeisereitEN. Hollernie O! Du achst nicht heute nicht so laut. Aber sie machen das. immer wieder dieseやって contained. ungefится offended. Bei, 3, 1, 2, 3. Oh, na. yêu. Das ist jetzt ein Geräusch auf dem Ende. Ich kann jetzt mal nur das Ende spielen. Das ist auch ein Null. So, ich hätte gerne noch ein Geräusch, das meine Freundin draufkommt, das würde ich sehr gerne auch mal machen hier, nämlich so eine Art Aufsteigen. Probieren wir das mal. Eins, zwei, drei. Und nach dem Fernseher ein Video ist, machen wir das gleiche mit den Händen auch mit. Und dann ist das natürlich spannend. Also, eins, zwei, drei. Und das gleiche noch mal wieder runter. Da sind wir jetzt. Oh. 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 Oh, Sie sind alle schon erwarten? Also, eins, zwei, drei. Oh. 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 Also jetzt komme ich noch kurz zu dem Punkt, das kommt immer noch kurz, nämlich zu zeigen, was ich jetzt eigentlich mache. Also das ist jetzt alles gar kein Teufelswert, das Ganze ist eine App, also eine kleine Applikation von einer Firma, die heißt Casual Underground. Diese Applikation ist sehr teuer, sie erhöht die Kosten des iPhones, das ja jemals geben, welcher Ausstattung ist, von 700 Euro auf 700 Euro und 79 Cent. Deswegen ist es so, also es ist leider ein Problem in meinem Jugendzentrum, wenn ich den Jungen sagen, ja und es kostet zwei Euro. So, ne, kaufen wir nicht. Aber sie haben halt so ein 700 Euro-Dinger in der Tasche. Das finde ich mal ganz spannend. Aber, ne, also wie gesagt, das ist 79 Cent, das ist sehr spannend. Und jetzt machen wir aber was noch. Jetzt machen wir nämlich mal, ich fange mal mit so einem praktisch sieben Teil an. Das heißt, ich habe jetzt hier unten, habe ich jetzt die 16 Dinger, die hochlaufen. Und jetzt, das ist praktisch, wenn ich die 16 Dinger mache. Okay, das haben wir schon hier unten. No, das ist dann ein bisschen, ich denke, ein paar Jahre nach Kontinenta und die nächste. So, so, so. No, das ist schon, ich habe jetzt noch nicht so, aber. So, das hat ein bisschen gedauert. Also, es sind hier überhaupt ein paar Anreize an, das ist nicht der Viertel, eigentlich. Und das kann ich natürlich spannender machen. Das ist noch nicht so spannend, leider. Wir sehen, haben wir ja auch einen Plan, das jetzt nämlich der Werte, der doch für mich benimmt. Da bin ich jetzt ein bisschen hochbauend dran, an die Musikvideo. Das Ganze wird dann irgendwann mal so aussehen. Und das schauen wir uns nachher an. Aber davor bin ich jetzt erst mal offline.